So oder so ähnlich sieht auch deine Debitkarte aus. Und die ist echt sicher. Es sei denn, du gibst deine Daten einfach so irgendwo im Internet ein. Und selbst wenn du sehr gut aufpasst, kann es sein, dass du Opfer einer sogenannten Phishing-Attacke wirst. Denn die Betrüger gehen äußerst raffiniert vor. Beim Phishing versuchen sie mit gefälschten Websites, E-Mails oder Instant-Messages an deine Karteninformationen zu kommen. Sie fordern dich zum Beispiel auf, deine Kartennummer oder Zugangsdaten anzugeben, online zu bestätigen oder zu ändern. Und wenn du das machst, bist du ihnen sozusagen ins Netz gegangen. Wie du das verhindern kannst? Mit uns! Wir haben zwar keine Superkräfte, aber super effiziente Systeme und Spezialisten, die Phishing-Attacken nicht nur entdecken können, sondern auch wirkungsvolle Maßnahmen treffen, sie schon im Vorfeld zu verhindern. Kurz Fraud Detection and Prevention. Aber auch du kannst und solltest etwas tun. Und zwar die Augen offen halten. Genau. Sei aufmerksam, wenn du deine Karte benutzt. Sobald dir irgendetwas seltsam vorkommt, lass es lieber. Mach es Kriminellen stattdessen so schwierig wie möglich, indem du deine Software immer auf aktuellstem Stand hältst und zum Schutz zusätzliche Spam-Software installierst. Lass dich außerdem niemals beim Gebrauch der Karte ablenken. Und kontrolliere regelmäßig deine Kontoauszüge. 100%ige Sicherheit? Gibt es nicht. Auch wenn wir alle richtig gut aufpassen. Stimmt dabei etwas nicht, melde dich sicherheitshalber sofort bei deinem Finanzinstitut. Denn im Schadensfall muss es sehr schnell gehen. Und zwar so. Ich möchte meine Karte... Sperren? Schon passiert. Dann melden Sie sich jetzt bitte bei der... Hallo Polizei. Ich möchte Anzeige erstatten wegen eines Kartendeliktes. Mit meiner Karte wurden Transaktionen durchgeführt, die Sie nicht getätigt haben. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir unterstützen Sie bei den weiteren Schritten. Danke für Ihre Meldung. Wir analysieren das. Dieses Zusammenspiel ist so wichtig, weil wir nur so unsere Risk-Systeme laufend optimieren und Kriminellen zuvorkommen können, die immer wieder neue Betrugsmethoden entwickeln. Zusammen sorgen wir dafür, dass das beliebteste Zahlungsmittel der Schweiz auch das beliebteste und sicherste bleibt. Mehr Infos und Hilfe zum Schutz vor weiteren Betrügereien auf card-security.ch Bis zum nächsten Mal.